Hallo und willkommen zu einer neuen Folge MV3. Wir spielen Stellung auf Subbase. Ich glaube, das ist nochmal eine Notenidee. Na, das hat er verzogen, Alter. Volltreff. Das hat keiner gesehen. War eigentlich vielleicht auch schwer frech, dass ich den Typen nicht getötet habe. Ne, nicht von hinten. Woher wäre denn her? Wie kommt der denn von da? Von da komme ich doch. Das war nochmal in eine Spawnrichtung. Da bin ich instant gestorben. Aber auch nicht von dem Typen, der nicht abschließen würde. Da wurde weiter von rechts abgeschossen. Da oben? Oh je, je, je. Der B wird nicht so ganz ankommen. Mal so oben im Fenster, ey. Vielleicht ist das schon mal ein übriger Scheiß-Spot, wenn du den nicht hast. 24 ist eher gefühlt ein beschütter Scheiß-Spot von unserer Seite aus. Ja, dann haben wir auch ein easier-Haus da oben, was wir campen können. Arm-Ambar-Kill gemacht. Was ist das für bekommen? Ja, jetzt ist das, ich denke, das ist das für den Arsch. Da haben wir schon mal... Ja, gut, das ist wieder hinter mir. Warum auch immer. Teilweise verstehe ich nicht, warum, wie die nur hinter mir sind. Ich bin auf meiner Spawnseite. So wie hier zum Beispiel. Ah, da. Das ist immer überleben, ne? Also, bei mir steht mal, ich sterbe nur vier, fünf Schüsse. Ich denke, das war nur gerade mehr als vier oder fünf Schüsse, die ich dem Gegner mitgegeben habe. Ja, guckt zu. Er macht einfach nix. Danke. Sehr nett für die, dass wir zugeschaut haben, dass wir nicht gestorben sind. Der hat ja noch ein Gegner, der hat auch noch. Der typische FK, ganz schön bei mir. Da kommt eine Betäubungskonate. Ja, gut. Wird dann leider immer auch reingeworfen. Da mal die nicht fehlen. Da komme ich auch schon zum nächsten Spot. Das ist ja, wer hier drauf ist, ist das denn? Das sind ja so welche Richtung gucke ich jetzt. Von wo kommt jetzt der Gegner, der mich abschießt? So viele Leute, von jeder Seite beschossen. Wer ist tot? Hallo, ich will nicht in der Wand hingehen. Hallo, ich muss kurz nachladen. Ich bin auf die Seite wegen, wir sollen nicht auf die rechte Seite. Das ist mit der Schrauben. Der hier ist nicht richtig. Kann ich nicht aus evident nehmen, wo ich hin will. Okay. Ich habe auch wieder einmal vorbeigeschossen. Ich denke mir, trotzdem wäre das Ende. Ich habe ihn auch locker ein paar Mal getroffen. Also ich war wieder gefühlt sofort tot. Tja, da habe ich mir die Stelle zu sehr aufs Radar verlassen. Ich habe gerade einmal auf Radar geguckt und da war halt leider kein Punkt. Da wurde irgendwie eiskalt oder so drauf. Vier Treffer, bin tot. Ich denke mir so, ich habe mir doch gerade irgendwie sechs, sieben Mal getroffen oder so. Ich raffe das irgendwie nicht. Aber weder habe ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Da habe ich leider wieder in die Granate reingeworfen und laufen. Wir sollten das mal andersrum machen. Steht ja mal, wenn ich sterbe, wie oft ich getroffen worden bin. Die sollten nochmal so rummachen, wenn ich ein Gegner töte, dass da auch bei steht. Ich weiß nicht, wie oft ich den getroffen habe. Ach, scheiße, die Granate. Der ist kein Durchgang. Und hier raus, auf der rechten Seite, Alter. Das ist ein scheiß Gebäude, hier. Oder wo ist der nächste Spot, denn? Dann kommt ihr mal hier oben zusammen in dem Haus. Nach der Anfangspot wieder, der wirklich geil ist. Tja, Vier Treffer tot. Na, dann wird er dafür wieder, für den Spawn, den Gegner, war wie nett. Alter, ich bin ganz ehrlich, ich habe doch locker gerade, war jetzt viermal getroffen, der Typ. Das ist so ein Witz. Dann ist er von außen unterschossen. Ich bin tot. Also ein Witz. Der Spot war eh schon weg. Er ist gestorben. Wer ist das für herum? Oh, man hat eine Treppe. Ja, okay. Wenn man auf jemanden schießt, wenn der Treppe steht, treffe ich den nicht mehr. Weil die Treppe undurchdringbar ist. Tja, einen habe ich ja mitgenommen, ne? Zwei waren halt leider zu viel. Da kommt eine Bekleidung! Kann ich auch nicht mal anzuschießen, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass die mich töte, muss ich sagen. Oh, komm, der Gegner hat mir jetzt töten. Leider hat er nicht zu schnell weg und dann habe ich leider wieder Platz gemacht. Der wird das Land made. Kann ja, egal, ist blauer. Tja, ein paar Punkte geholt. Also, KD-technisch ist die Katastrophe, die Runde, aber stellungstechnisch läuft es immer ganz gut. Von der Theorie. Alter, das ist auch schon wieder. Ich habe vier Treffer abbekommen. Ich habe ihn nochmals viermal getroffen. Also, wie macht meine Waffe? Zero Damage? Also, keine Ahnung, ey. Aber klar ist halt, ich habe halt die Standard-Waffen noch drin, ne? Weil ich denke, es ist erst mal spielst du mir ganz normal die Waffen alle hoch. Die MPs und die Sturmgewehrer zumindest. Warte, fuck, ey. Wie schauen wir noch meine Waffe denn, ey? Kann ich in das Scheiß Gebäude hier rein? Da war keiner. So. Auf die erste Stellung. Wo sind wir denn? Aktualisiert. Zur Stellung begeben. Werde nach. Hm. Ich denke mir die Richtung. Verbündete Drohne. Verbündete Drohne. Verbündete Drohne. Bedauert, ja. Warte, Punkt! Und der Van Ladewehr. Warte, war halt noch einer. War halt nur wieder zu dem Tot. Und dann habe ich jetzt meinen Hedger bekommen. Tja, leider von hinten habe ich in die falsche Richtung geguckt, das ist von mir ja meistens so. Es ist manchmal auch in die Richtung, wo der Gegner ist, ist er selten der Fall, ja. War die im Glauben, war der gewonnen. Tja, immerhin wir drei Minuten auf dem Spot gewesen, ne. Also sie hat gewonnen, sie hat nicht mitgeholt, auch wenn es nicht um die Kids gerade ging. Aber mit 18 steht auch nicht so schlecht da, ne. Es gibt vier Stück, die haben ja über 30, die anderen haben auch noch so 23, 22, aber mit 18 ist auch nicht schlecht dabei. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschau.